Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer lieber Cooper, der Minecraft-Wolf, hier zurück mit meiner lieben Schwester, meinem Papa, der so einen kleinen rundlichen Bauch hat und natürlich ich im Fell-Outfit. Wir sind zurück bei, ja, äh, wie schimpft es sich das nochmal, Rocket Adventures oder so ähnlich? Auf jeden Fall im Zoo, wo plötzlich Dinos auftauchen und, ja, ich hoffe, ihr habt wieder Bock und wir wollen gucken, was uns dieses Abenteuer noch so bringt. Aber ja, bevor wir starten, möchte ich euch nochmal darum bitten, guckt doch nochmal in der Videobeschreibung nach. Da habe ich euch nämlich den Community-Server, Discord-Server Mikkelchen Darovid & Friends verlinkt, eine kleine Gemeinschafts-Community von ein paar Twitch-Streamern, YouTube-Creatoren, wo auch meine Wenigkeit sich gerne rumtypt und, ja, die sich gerne darüber freut, neue Mitglieder begrüßen zu dürfen und mit ihnen spielen zu dürfen. So, nichtsdestotrotz, ich will jetzt nochmal gucken, der da hinten hat auch noch irgendwas in der Hand. Ist das ein Holzschwert oder ist das ein anderes Schwert? Ne, der hat nur ein Holzschwert, okay. Denn, wollte ich doch mal gucken, warte mal. Cool, das hatte ich ja gelesen, dass man hier drauf reiten kann. Wow, ey, Alter. Oh, ho, ho, ho. Ui, 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 ui. Warte mal, ganz schön schnell, ey. Oh, Alter, wie kann man denn damit springen? Okay, wir sinken aber jetzt mal runter. Ähm, so, und wie kriege ich dich jetzt wieder kleiner? Ne, so gehe ich da rauf. Hä? Ähm, okay. So, wieder runter. Und wenn ich jetzt nichts in der Hand habe? Zack. Äh, was passiert, wenn ich das mache? Ne. Okay, hier stand, ich hätte ja irgendwas gelesen mit dem Verkleinerungswerkzeug, aber das habe ich irgendwie noch nicht. Da bleibst du jetzt eben hier stehen. Das ist jetzt auch Wumpel. Äh. So, hier steht noch irgendwas. Stadtplan und Schumpfwerkzeug. Was? That explosion must have been for mom's time machine. I hope she's all right. The dinosaurs have escaped through the time portal. Okay, ich sag ja, ich hab, hab ich nicht noch gesagt, das ist bestimmt meine Mama dran schuld. Ja, und, was war das denn? Da oben fliegt ein Dinosaurier. Da hinten sind Triceratops. Noch mehrere. Und da hinten habe ich irgendwo auch schon einen langen Hals gesehen. Bist du Brario, Bronto oder was weiß ich für Saurus? Na, äh, 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 ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir wollen hier jetzt erstmal reingucken. Hallo? Bitte einmal öffnen. Okay, wir haben hier eine Schrumpfmaschine. Die ist das also. Wir haben hier Essen. Dann noch mehr Essen. Noch mehr Essen. Noch mehr Essen. Eine Karte. Die brauche ich auch. Zack, zack, zack. Was war das jetzt eigentlich für ein Trank? Trank der Heilung. Nehme ich auch mal mit. Zack, zack. So, ich brauche nicht alles Mögliche hier zu essen. Ich, zack. Ah, hier gibt es das sogar zweimal, falls man zu zweit spielt. Zack. Neh, da unten wollte ich dich nicht drin haben. Neh, reicht das dich hier drin im Inventar zu haben. So, die zwölf Kekse packe ich auch erstmal hier hin. Denn das Schwert packe ich da hin. Das packe ich da hin. Ein Bogen reicht mir erstmal. Den packe ich dann hier hin. Oder ne, noch besser hier hin. Du kannst lieber hier hin. Dich packe ich da hin. Du kannst da hin. Das packe ich da hin. Dann kannst du noch weiter da hin wackeln. Und ich weiß nicht, warum ich das jetzt alles hier so tüddelig und durcheinander mache. Aber egal. Ich glaube, jetzt habe ich meine Soziierung fertig. So. Dann wollte ich einmal, zack, das Schrumpfwerk durchnehmen. Hallo. Damit kann ich dich wieder schrumpfen. Ah, so, okay. Mit der rechten Maustaste, nicht mit der linken. So, ich nehme jetzt aber wieder Knüppel in dir. Ist da gerade ein Dino durch die Wand gebackt? Da hinten auch? Was sind das nur für Dinos? So, ähm, nichtsdestotrotz, ich wollte jetzt einmal auf die Karte gucken. Äh, wie mache ich das denn? Ähm, hallo? Kann ich die irgendwo platzieren? Ah, okay. So, ähm. Und was sagt mir das jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Da hinten sind die Laboratorien. Wo bin ich denn jetzt? Warte mal, wir gucken mal kurz, ob hier oben am Gebäude irgendwas steht. Bevor wir hier... Oh, da ist noch so ein dicker Brummer. Alter. Ey, wer hat hier Schaden gemacht? Wir sind beim Zoo. Okay. Zack. Wir sind hier unten. Äh, wenn ich das im Aufgabenbuch richtig gelesen habe, Inventar, ist unsere erste Aufgabe. Zack. Ähm, b-b-b-b-b-b. Nee, das ist nicht. Mission 1. Sammle die 5 Teile der Zeitmaschine ein. Dafür musst du alle 5 T-Rexe besiegen. Okay. Dann muss ich nämlich jetzt, zack, gerade wieder kaputt machen, die T-Rexe besiegen und die muss ich erst mal finden. Also einer müsste sich eigentlich jetzt... Wow. Hilfe. Ein Brenner. Triceratops nicht angreifen. Boah. Alter, was war das denn? Oh, oh. Ich hab den T-Rex gesehen. Ich muss ja mal schnell was futtern. Ich hab Hunger. So. Okay, da ist der Erste. Da hinten ist das Laboratorium. Ich muss jetzt erst mal mit den T-Rexe fertig werden. Alter, das Spiel frisst aber ganz schön Ressourcen. Ich hab hier das Gefühl, als wenn ich ein paar Framedrops und Lacks drinne habe. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwas an dem Spiel gleich noch einstellen kann. Ey, der will mich angreifen. Ich krieg dich. Ey, Papa, steh mir nicht im Weg rum. Ich muss doch den Dino einkriegen. So. Der T-Rexe verbreitet etwas, das sieht aus wie ein Teil der Zeitkarte. Ja, scheiß. Die Tyrannosaurus-Rexe müssen die Mutter der Zeitkarte verbreitet haben. Komm schon, Kinder. Lass uns alle die Zeitkarte finden und save this Dinosaur City. Ja, Sir. Okay, das müssen wir alles machen. Und ich mach... Ich mach jetzt kurz einen Cut. Ich will mich einmal kurz in den Einstellungen gucken. So, ich hab jetzt mal meine Sichtweite ein bisschen reduziert. Und hoffe, dass das ein bisschen was bringt. Ähm, bin mir da nicht ganz sicher. Aber... Naja, was soll ich sagen? Ich kann das Spiel auch nicht... Ich glaub, die Dinos, weil davon so viele unterwegs sind. So, da ist ein T-Rex. Wir sollten aber die zweite Möglichkeit irgendwie versuchen, nach rechts runter in der Straße. Weil da ist auch noch ein Dino. Oder zumindest... Hallo? Ähm... Links runter, weil da ist nämlich auch noch ein T-Rex. So, ich sollte mich auf jeden Fall schon mal wieder bewaffnen. Ähm... Aua! Hast du mich gerade angegriffen? Ey, was... Greifst du mich einfach an? Das fand ich jetzt aber nicht nett von dir. Muss ich mal ganz schnell hier weglaufen. So! Also, ein T-Rex wird noch geradeaus sein. Direkt zu den Labs. Und einer ist hier auf der Seite. Den werden wir jetzt mal schnell entgegenlaufen. So. Müsste der nicht hier irgendwo sein? Hier sind noch Kisten. Oh, hier gibt es noch Essen drin. Zack! Okay. Zack! Zack! Goldnuggets gibt es auch. Die nehmen wir auch mal mit. Noch mehr zu essen. Noch mehr zu essen. Ich weiß nicht, wie viel zu essen ich gebrauchen kann. Ich nehme die auf jeden Fall erstmal alle mit, die Sachen. Das reicht auch erstmal. Ich glaube, der T-Rex müsste ich hier irgendwo sein. Ich muss echt nochmal in den Spieleinstellungen im Allgemeinen gucken. Oh! Noch mehr Pfeile. Noch mehr Pfeile. Rot. 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 Okay. Ich nehme mal noch als Ersatz das Holzschwert auch noch mit. Okay. Das Fleisch nehme ich auch noch mit. Ich bin ja ein kleiner Wolf. Ich bin ja ein kleiner Fleischfresser. So, damit haben wir das fertig. Aber wo ist jetzt der T-Rex? Ist der hier auf dem Boot? Der müsste doch hier irgendwo sein, wenn ich mich nicht ganz verguckt hätte, ne? Da ist er! Da ist er! Ich habe ihn! Der ist hier auf dieser komischen Plattform. Hallo, ich will da hoch! Oh, ey! dieses Gedroppen nervt mich jetzt ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, oh! Äh, zack! Ähm, ich nehme noch was Futter. Und jetzt können wir uns T-Rexy schnappen. Okay. Ich bin! Ich weiß auch nicht, warum ich den nicht versuche mit dem Bodenplatz zu machen. Warum ich hier in Vollattack reingehe. Zack! Aber ich habe ihn klein gekriegt. Wir sind einfach spitze. wir haben den zweiten t-rex ist auch schon gekriegt davon ist auch noch wieder eine kiste dann noch mal kurz reden im zack 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 so das reicht mir schon und jetzt aber ron 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 bis gleich was war das denn für ein böser dino so t-rex wo bist du jetzt müsste es eigentlich im teilser na komm schon den kriegen wir sogar hä was war das denn jetzt ich hab doch voll aufgeladen ich muss echt in die spieleinstellung noch mal gucken ist er auch gleich mal platt okay ich geh doch so rein so so nächste teil eingesammelt ich wünschte ich könnte ein dieser kreaturen mehr bevor wir ihn zerstören lass einen dich schlafen sie können in ihrem Mund jake das ist nicht sehr kind wir sind immer sehr kind nur jake nora ja also wirklich hier ne wir haben hier eine neue keule wir haben noch boots wartet mal da muss ich gleich mal gucken habe ich überhaupt äh von boots an ne stiefel fehlen mir noch seht ihr kriege ich gleich wieder mehr rüstung passt doch so dann wollen wir jetzt zum letzten dino aber diesmal gehe ich gleich mit der keule rein weil mit dem bogen hat ja gar nichts gebracht also kommt wir schnappen uns den letzten aua nicht über den haufen laufen bitte ihr dinos und zum nächsten mal muss ich echt nochmal in die einstellung gucken weil das ist diese legs und drops die ouch was hat mich denn da gerade geteckt ey ey ein raptor greift mich an ey jetzt reicht's aber komm her so das hast du jetzt da vorn ich weiß auch nicht warum ich die nicht zum reiten benutze wäre doch eigentlich voll cool oder aber egal jetzt sind wir schon fast am letzten t-rex was war das denn eben so hier ist irgendwie ein berg im weg auf der mitten auf der straße oh nein na komm du willst mich wieder angreifen ne da sehe ich dir schon eine nassenspitze an du kriegst gleich haue so bumm das war's so es wird nacht oh oh t-rex wir schleichen uns von hinten an was wir gießen gießen oh oh so habe ich den platt das ist das letzte teil so müssen wir aber schnell durch ja ich muss nora answer your brother ich habe keine idee ja du nennst es ein tyrannosaurus-wreck leute steht mir nicht im weg helfen wir lieber gegen die dinos hier boah meine fresse hilfe was wird das ja ja habe ich die dinos noch schnell eingesammelt ja äh dann muss ich einmal schnell was anfangen so und den ist da vorne ein höhenmensch ok so den ist da vorne da vorne sind noch kisten und den müssen wir da vorne irgendwie rein glaube ich oh da haben wir noch so ein ersatzding boah davon können wir auch nochmal schnell alles mit sammeln zack 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 brot 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 ich glaube ich brauche hier essen ohne ende wenn ich hier weiter fighten will so das schwert habe ich jetzt schwert habe ich genug aua hat mich da schon wieder irgendwas angegriffen das ist schon wieder so ein schrumpfgerät zwei angriffsschaden okay und was soll ich jetzt hier machen oh ähm okay warte mal ich muss das hier alles reinschmeißen richtig zack warte mal warte mal davon muss ich ein da rein zack aua sag mal hast du mich gerade heimlich von der seite angegriffen als ich da war dabei war da die sachen da rein zu legen oh das hast du jetzt davon äh dich brauche ich auch tut mir leid großer du bist zwar eigentlich ein ganz lieber aber da führt kein weg dran vorbei das habe ich da gerade gesehen zack so dich haben wir auch da drin habe ich so einen schon nee verdammt war hier vorne davon noch einer ähm davon habe ich aber einen davon habe ich einen das weiß ich zack 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 den muss ich auch schnell platt machen da vorne sind zwei von denen brauche ich noch einen warte mal was willst du denn ey da ist meine Schwester in Ruhe äh hallo tschüss ja nix hier meine Schwester angraben gibt's nicht das ist noch ein Kind du böser böser dicker Onkel so breitnasen Onkel jetzt da ist ja noch so einer so aber jetzt müsste ich eigentlich alle Dinos haben um das Tor zu öffnen weg mit dir so davon habe ich auch auf jeden Fall zack nein jetzt habe ich alle weggetan Mist okay wollte ich eigentlich nicht aber egal ich brauche die eigentlich sowieso nicht also nicht alle hä ach das ist der falsche ich brauche noch ich brauche noch einen Stegosaurus aber da drüben hatte ich alle ne warte ne den hatte ich nicht ach ist jetzt auch egal zack ich da rein so jetzt brauche ich den wo finde ich den hier noch hin ist hier irgendwo noch ein Steko ne das ist ein Raptor habe ich eigentlich überhaupt schon Steko gesehen was willst du hä willst du auch wieder Beule kriegen ne zack du bist platt da komme ich gar nicht rüber so aber ich sehe hier nirgends so ein Stegosaurus Leute oh nein nicht schon wieder Raptor jetzt habe ich aus Versehen den anderen in der platt gemacht zack so Raptor weg da ist ein Steko sorry Steko musste sein jetzt muss ich den hier auch noch einsammeln habe ich ihn jetzt ja habe ich gut ok zack dann wollen wir mal da hin reiten tschüss Leute ich hau ab wir sehen uns später wieder so was nein wie spawn wo bin ich denn jetzt bitte ah ich habe noch alles gut warte mal ist der ist immer noch da meine Güte jetzt kriegst du aber endlich mit der groben Kelle so dann müssen wir nochmal auf 3 gehen zack Alter sag mal was wollt ihr jetzt alle von mir ihr bösen Dinos seit wann ist ein Triceratops bitte schön aggressiv das ist auch ein Pflanzo was ist mit dir willst du auch Ärger willst du auch Stress so jetzt will ich aber endlich den Triceratops hier reinlegen so nee du bist das nicht du bist das zack endlich so wir sind endlich hier drin äh ja und ich würde sagen wir haben hier für heute genug gemacht ich glaube das hat auch alles ein bisschen Überlänge meine Rüstung ist auch schon kaputt muss ich mir demnächst mal wieder neu holen und ja dann würde ich sagen mache ich hier mal Schluss für heute beim nächsten mal machen wir weiter ähm ich hoffe euch hat dieser Part wieder gefallen euch gefällt dieses Abenteuer wenn ja lasst mir auf jeden Fall auch eine positive Bewertung da geht nochmal in die Videobeschreibung und guckt auf dem Discord-Server Mikkelchen Darovid & Friends vorbei ich gucke mir hier die Einstellung nochmal genauer an und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder wenn ihr euch noch auf meinen Kanal umgucken wollt könnt ihr es natürlich auch gerne tun Abo da lassen Glocke aktivieren wenn euch gefällt was ich tue und ja ich sag mal tschüss bis zum nächsten mal euer Cooper der Minecraft-Wolf auuuu bye bye